Lebensmittel beanspruchen ein qualifiziertes Lagerkonzept. Die STS Sprinter Transport Service GmbH in Seevetal ist seit vielen Jahren auf diesen besonderen Umgang mit Lebensmitteln in der Logistik spezialisiert. Im Mai 2005 zertifiziert das Institut für Marktökologie ein Kontrollunternehmen der Bundesbehörde für Landwirtschaft und Ernährung das Unternehmen STS als Biolager. Schon seit Beginn unserer Tätigkeit befassen sich unsere Dienstleistungen rund um Produkte aus biologisch kontrollierten Anbaugebieten. Am 25. April 2009 eröffneten wir das neue Seevetaler Warenhotel im Gewerbepark Beckedorf. Unser Unternehmen bietet auf 4000 Quadratmetern modernste Logistik. Ideale Voraussetzungen für Ihre Herausforderungen. Für Tee, Kräuter und Gewürze aus aller Welt unterhält STS einen Extralagerbereich im Rahmen der Biozertifizierung. Wir haben oftmals Containereinkommen in größeren Mengen. Das deckt unser Lager nicht ab. Und dafür ist ein Fremdlager mit den Qualitäten sehr hilfreich. STS ist sehr schnell. STS ist sehr schnell und sehr sauber in der Abwicklung von eingehenden Containern. Das ist für uns wichtig. Die ganze Rechnungsstellung und die ganze Papierlage ist für uns wichtig. Zollabwicklungen sind wichtig und die Abwicklung über das offene Zolllager. Und Container haben immer irgendwelche Probleme. Es fehlt ein Papier, es fehlt hier, es fehlt dort. Da braucht man einen flexiblen Dienstleister, der schnell mal irgendwo einspringen kann und ausgleichen kann. Und das ist für uns STS. Ob Lagerung, Kommissionierung, Handling, Zollabwicklungen oder die Besonderheiten der Beschaffungs- und Versandlogistik. Unser Seevetaler Warenhotel gewährleistet den reibungslosen Ablauf vom Erzeuger bis zu Ihren Kunden.